Hallo, ich bin Larissa Quiering und seit Sommer 2019 Koordinatorin des Nachhilfeangebots Schülerhilfe KS Still Inside. Dieses Angebot gibt es bereits seit einigen Jahren bei uns in der Schule und richtet sich an alle Schulformen, unabhängig davon, ob ihr diese in Vollzeit oder Teilzeit besucht. Wenn es bei euch also mal schulisch nicht so läuft wie geplant, versuche ich für euch das passende Zahnrad zu finden, damit es wieder läuft. Weitere Infos findet ihr einfach bei uns auf der Website oder sprecht mich doch einfach auf dem Flur an.